Ja, hoher hier mal und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Space Aber Angst Diese neuen, schnell laufenden Viecher, die sind eine Katastrophe Aber gut, aber gut, ich werde... Oh 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 HIT! HIT! Okay Wir haben es, glaube ich, okay. Oh, 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 oh. Isaac, hier drüben! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Okay! Oh no! Oh no! Oh no! Ich hab mir jetzt auch ein wenig Angst, weil... Au! Oh no! Aber ich schaff das! Abfallignorieren! Abfallignorieren! Achtung! Kritisches Versagen der Treibstoffeinnämmung! Sofortige Evakuierung des Schiffes! Strike! Zumindest fast! Achtung! Kritisches Versagen der Treibstoffeinnämmung! Sofortige Evakuierung des Schiffes! Okay, ja, haben wir verstanden! Komm, lass mich raus jetzt da! Achtung! Kritisches Versagen der Treibstoffeinnämmung! Sofortige Evakuierung des Schiffes! Versuch's ja schon! Ich versuch's ja! Hier raus, komm! Oh! Oh! Hier! Hier bin ich wieder! 病dreidleutel Wow! Ende der Schwerelosigkeit Bin ich hier überhaupt richtig? Ja Ende des Vakuums Habt's heißt, die schnellen Viecher sind jetzt hier nicht Dann, dann, äh Einfach mal, um meine Hoffnung sofort zu zerstören Warte mal, ich hab davon so viele, aber Moment, Medipack Mittel Aber ich hab hier nur 175 drin, wieso kann Achso, hab ich nur 175 Das ist ja irgendwie immer 200 Ja Leute Mach ich alle fertig jetzt Werkbank Lass mich die Werkbank benutzen Jetzt kommt das große Waffenupgrade Batsch Yeah Okay Jetzt könnten wir weitergehen und noch irgendwas anders machen Was ist denn, was kann man denn hier eine Reichweite Vielleicht hilft's ja nochmal irgendwann Beim Stase-Modul Was ist das? Dauer Energie Ah Nö Nö Auch nicht Oder? Nee Dann lieber doch noch beim Stase-Modul anfangen Okay Okay Wasch 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 Yeah Mission geschafft Vielleicht, hoffentlich. Tod bei Ankunft. Zehn Kapitel und das war's, oder? Oder wie war das? Zehn Kapitel. Und dann finito. Hope so. Hope so. Isaac, ich hab das Shuttle gesehen, von dem Hemm entsprach. Scheiße, nicht gut. Das Shuttle ist tot. Jemand hat die Navigationskarten entfernt. Gott weiß warum. Insgesamt sind es drei, die auf dem ganzen Deck verstreut sind. Ich lade ihre Positionen runter. Ich kann von hier aus nicht auf die Türen zugreifen. Du brauchst also einen Schlüssel der Crew. Wenn du alle Teile findest, können wir das Shuttle wieder flott machen und verschwinden. Schon klar. Schon klar. Und was ist das da für ne, für ne, ich mein, hol der, hol der die Polter? Hat da jemand der Kirche aufgemacht? Da hab ich alle fertig. Die sind alle erschossen. Oh Gott. Die haben ein Tor über dem Kopf und ein Loch im Kopf. Oh Gott. Okay, im Prinzip brauche ich jetzt nichts mehr aufwerten, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, ich könnte mein Inventar jetzt vollpacken mit Dingen, die ich brauchen kann. Oder? Das ist doch ein guter Plan. Okay, damit habe ich es getan. Das war eigentlich nicht mein Plan, weil ich ein mittlerer ist. Aber egal. So. Tünkel, Sprinkel, what? Was ist mit dem Tünkel, Sprinkel? Okay, wir schreiben, klar, sind wir dabei. Jetzt wo noch? Erstmal das nehmen. Gib mir das. Hallo? Danai. Und was ist, wenn ich erst mal Danai möchte? VIP? Sicherheit. Na gut. An welchen Hoffnungsschimmer klammern Sie sich, wenn alles um Sie herum hoffnungslos zu sein scheint? Dr. Cross war eine wahre Gläubige. Sie hatte Vertrauen und wartet jetzt auf Ihre Transformation. Okay. Ihre Wiedergeburt. Sind Sie bereit, aufzuerstehen, Mr. Temple? Natürlich sind Sie das. Haben Sie keine Angst. Sie werden bald schon Ihre Rolle erfüllen. Werden Sie Zeuge der Überführung eines wahren Gläubigen! Sie sind bereit. Nehmen Sie sie an. Heißen Sie sie willkommen. Ja! Bin dabei! Wenn wir das mal fragen. Hör mal auf zu tropfen da. Dass das die Oberbösewichtin ist. Aber es plumpst jetzt alles von hinten und von oben und von überhaupt auch nicht drauf. Genau, umgefahren. Jetzt darf ich hinein. Okay, nach da. Was ist da? Wo ist ein Deckellobby? Ne, ne. Können wir mal in den Speisesaal. Sillige Planung. Okay. Batsch, 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 batsch. Oh, oh. Oh, oh. Kommt ihr hoch oder habt ihr keinen Bock oder was? Na, wo plumpst du jetzt runter? Da oder da? Da oder da? Da oder da? Nernst? Nernst? Hey, da, das war unfair. No, 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 no. Oh, da hat er sich voll hinter dem Ding versteckt, oder? Sau. Irgendwie. Patsch, patsch, patsch. Da kann man nicht rennen. In dem Mist hier. Ich muss ihn gehen. Okay. Kein Problem. Ahhhhh. Wieder hoch? Okay. Gut, 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 gut. Alles gut, alles gut. Ich muss daran denken, dass ich das ja auch hab. Dass das ja auch ganz witzig ist. Wenn sie die Navigkarten haben, werde ich sie in die Sicherheitsstation lassen. Wir müssen reden. Peilen Sie sich! Das hab ich übersehen. Wo kann man das halt? Infidels! Hey, girls. Oder vorhin eine andere? Jetzt Bock aufzutauchen. Ich muss aufzutauchen. Ich muss aufzutauchen. Okay. Okay, da war ein... Doch, da war was. In der Situation brauche ich jede Munition, die ich finden kann. Lecker. Ich dachte, ich hätte einen Schlagstock entdeckt. Ach so, nicht hier rein. Ah. Aber... Ach so. Alles klar. Ich dachte, der kann ich nicht. Okay. Okay. Ruhig bleiben. Durchatmen. Und... Gibt es einen Speicherpunkt? Da ist ein Speicherpunkt. Die Lebenserhaltungssysteme im Schlafblock B wurden aufgeschaltet. Du brauchst eine Überbrückung, um zur Tür zu kommen. Speichern. 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 Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis demnächst. Tschüss. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank.